Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 28. Juni 2021. Mist, schon wieder Ende Monat. Ihr hört die Geek Talk Daily 1033, heute mit den folgenden Themen. Instagram Art19, Acara P1, AR Core, Wicker, FreeBuds 4 und Fritz von C6. Was haben wir heute? Alles an schönen Themen zum Wochenstart. Dann stürzen wir uns doch gleich mal auf das erste Thema, was eben Instagram ist. Aktuell testet der Bilder-Streaming-Dienst Instagram eine neue Funktion. Und das ist das Posten von Bildern über den Desktop. Wer einen Creator-Account oder einen Business-Account hat, kann das ja schon lange über das Creator-Studio, was einem Facebook anbietet, wenn man das dann möchte. Jetzt aber soll das Ganze direkt über Instagram.com möglich sein, da, wo normale Nutzer in dem Sinne normal Posts beantworten können, Herzchen vergeben können und Nachrichten beantworten können. Und das testet man jetzt eben, ob das Ganze ausgerollt wird auf dem Desktop. Falls da jemand dazugehört von unseren Hörern, gerne mal kurz schreien oder Hand heben. Ich würde mir das gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Dann gibt es Neuigkeiten von Amazon Music. Die haben nämlich den Podcast-Hosting und die Monetarisierungsplattform Art19 übernommen. Es gibt dazu keine Zahlen für wie teuer das Ganze passiert ist. Was möchte Amazon damit? Ja, sie haben ja vor, ich glaube im letzten September, erst das eigene Podcast-Business gestartet und möchten da jetzt natürlich ihren Leuten auch die Möglichkeit bieten, die Podcasts leicht da zu hosten und zu monetarisieren. Und da kommt es eben schon wieder, das Geld verdienen. Unschön, unschön. Aber ja, ist halt so und es geht auch weiter bei Amazon. Dann gibt es Neuigkeiten von meinen Lieblingssensoren, die Acara-Sensoren. Da gibt es jetzt nämlich neue Tür- und Fenstersensoren. Die sind abgerundet vom Design, das macht sie schon mal neu. Und sie haben eine CR-123er-Batterie drin, die bis zu fünf Jahren Akku liefern soll, für eben genannte Funktion. Das Coole daran, sie können nicht nur sagen, Türe oder Fenster auf oder zu, sie können auch sagen, Tür 10 cm, 20 cm oder 30 cm, äh, Zentimeter, genau, Millimeter geöffnet. Und auf die drei Punkte kann man auch separate Trigger setzen. Finde ich witzig, werde ich auf jeden Fall haben wollen, müssen, tun, wie auch immer. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause AR oder im Bereich des ARs. Google AR Core ist ja die Schnittstelle von Google für AR. Und da haben sie jetzt 30 weitere Geräte zertifiziert. Wer sich jetzt denkt, oh, muss ich gleich schauen, ob mein Samsung, Huawei und weiss ich nicht, was alles Oppo mit dabei ist. Nee, da sind ganz viele Namen drauf, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Wie Infinix, Kyocera. Gut, Lenovo wahrscheinlich schon. Aber Light by Laya oder LG, was es ja nicht mehr gibt. Dann natürlich auch bekannte Namen, Motorola, OnePlus, Samsung, Sony, Sharp und dann wiederum bekannte bis hin zu Vivo und Xiaomi am Schluss. Ja, wer da drunter ist, kann bald mehr AR vielleicht, wenn es dann richtig kommt. Dann hat Amazon nicht nur die Music, also Amazon Music hat eingekauft, auch Amazon AWS, also der Amazon Web Services hat dazu gekauft und die haben sich Wicker geschnappt. Wicker ist ein Messenger-Dienst, der ähnlich wie Signal seit 2012 auf dem Markt ist. Laut dem AWS-Menschen bei Amazon ist es sogar die sicherste End-zu-End-Verschlüsselung. Kann ich oder weiss ich nicht zu beurteilen, nur das, was ich bis jetzt gelesen habe, über eben, welches die sichersten sind, da ist bis jetzt Wicker noch nie wirklich aufgetaucht, was aber nichts heissen mag, denn es gibt auch viele Messenger-Dienste auf diesem Planeten. Dann habe ich noch zwei Hinweise zu neuen Videos. Zum einen zu den neuen Huawei Freebuds 4 ist ein neues Video auf dem Popkipsi-Network-Account online gegangen, YouTube genauer gesagt. Da habe ich ein kleines Unboxing und ein Fazit nach einer Woche Test online gestellt und ich habe zu meinem neuen schwarzen Fritz Phone ein Video gemacht und fünf Punkte aufgezählt, weshalb ich dieses Teil nicht mehr vermissen möchte. Egal ob weiss, schwarz oder auch die älteren Version. In diesem Sinne, das war's für den heutigen Tag. Euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald, euer Popkipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.